Das Hotel Hampton in Manhattan-Soho liegt in New York, Manhattan in Bundesstaat New York. Das Hotel Hampton in Manhattan-Soho ist sehr beliebt unter den Gästen, 91% empfehlen das Hotel. Weiter, 19 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 19 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnähe, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,9 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Service Das Hotel bietet eine gute Servicequalität und wird in diesem Punkt mit 4,7 von 6 Sonnen bewertet. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,4 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,4 von 6 Sonnen wert. Hotel allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4,3 von 6 Sonnen. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,1 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.